Ey, Seinat, du Opfer, wo bist du, Mann? Ich seh dich nicht, ich verdunke hier. Boah, Mädchen, bist du behindert? Was schreist du denn so laut? Komm, halt die Fresse, Mann. Mach mal noch ein Bild von mir, bevor Kino anfängt, hier dein Popcorn. Nee, Mann, ich muss Facebook machen. Hä, Mädchen, bist du behindert? Ich hab dich gerade um was gebittet. Jetzt mach einfach mal. Ja, mach doch selbst ein Bild, du kleine Fotze. Hast du kein Handy, oder was? Wie, Fotze? Willst du mich gerade verarschen? Halt du deine Fresse, du Fotze, ey. Außerdem mach ich gerade Twitter, ich kann nicht. Ja, und ich mach gerade WhatsApp mit Danger. Was? Willst du Danger ficken, oder was? Er ist da hässlich, Mann. Und dumm auch noch. Genau wie du, ey. Ey, mich, halt die Fresse, du bist selber hässlich. Mach deinen blauen Liebkopf, Mann, ey. Was, ich bin hässlich, du bist hässlich, du bist hässlich. Mann, ey! Handys aus, jetzt sind Fresse halten, ihr Scheißkinder. Was ist bei ihm falsch? Richtiger Spass. Ich schwöre, er ist hässlich wie die Nacht. Mann, 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 ey. Kein Respekt vorm Kino. Viel Spaß beim Film wünscht Fuck You Goethe. Ab siebten Hälften im Kino. W salgernus. ... ... Vielen Dank.